Hey Leute, wie ihr alle mitbekommen habt, wurde ich zusammengeschlagen. Okay Leute, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach hier an. Natürlich stimmt das nicht, Leute. Ich wurde nicht zusammengeschlagen. Ihr seht Videos auf TikTok, die viral gehen, wo ich mit Polizisten rumlaufe. Oder mit meinen Kollegen. Obwohl die Polizisten nur kamen, weil zu viele Fans auf mich kamen. Nicht, weil ich geschlagen wurde oder sonstiges. Weil zu viele Fans kamen. Also glaubt nicht alles, was im Internet steht. Freunde und Familie haben mich angerufen und hatten Angst, dass ich wirklich zusammengeschlagen wurde. So, und wenn die Familie sich Sorgen macht, hört der Spaß schon lange auf. Denkt mal drüber nach, wie eure Familie reagieren würde. Ich weiß, ich bin bekannt, aber hört auf, mit meinem Namen Klicks zu machen. Vor allem, wenn es Lügen sind. Passt auf euch auf, Leute, und bleibt so, wie ihr seid. Hey Leute, wie ihr alle mitbekommen habt. Ach, ach 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 Vielen Dank.